Ja, die nächste Programmvorschau am Start. Ihr seht es beim Datum 28.8. Da hatten wir schon mal eine Aufnahme gemacht, die hat aber nicht funktioniert, dummerweise. Heißt, wir waren gestern am 22.09. am Start. Könnt ihr dann wieder gerne schauen bei VK, Bitschut, Odyssee oder Rambl. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.